Hallo Jan! Endlich wieder angekommen. Da sind wir wieder in der Heimat in München und ich habe noch keine Nachricht bekommen, dass diese zwei Highlights, die ich meinte, weg sind. Das heißt, als allererstes gehen wir jetzt mal über den Parkplatz rüber und checken alles ab, was so da ist. Also hier ist wirklich Benzin in der Luft. Ich bin jetzt hier an der Kreuzung, eigentlich will ich nochmal drüber gehen, aber ich will auch hier wieder nichts verpassen. Allerdings sind hier ziemlich viele Idioten unterwegs, die meinen, sie müssen hier driften und Burnouts machen und sowas, das gehört hier nicht hin. Das könnt ihr zuhause auf einem abgesperrten Parkplatz machen, aber nicht da, wo Leute am Straßenrand sitzen, weil das ist dann halt wirklich gefährlich. Beim letzten Mal war es gesehen, dass die Leute echt teilweise ihr Auto nicht unter Kontrolle haben. Und da kommt das erste Auto, was wir gerade eben noch bei LUIMAX gesehen haben. Kommt jetzt hier gerade an. So, ich gehe jetzt einfach das Risiko ein. Ich mache jetzt einmal eine schnelle Runde über den Parkplatz und dann chill ich mich wieder hier vorne an die Kreuzung. Okay, trauen wir uns mal aufs Gelände zu gehen und hier mal durch zu gucken. Da vorne steht ein alter Morgen. Stachau. Das sieht interessant aus. Umbau, irgendwie so eine Mischung aus einem 911er, einem 964er und einem 356er vorne, weil er so rund ist. Oh, da vorne müssen wir mal an die Seite gucken. Da steht das Setting Crew. Ich habe gehört, die sind mit drei Lamborghinis hier. Ich sehe hier schon mal den Performante, den SVJ und ach, dahinter ist der STO. Ja, das ist eine schöne Reihe hier. Drei Deltas nebeneinander. Integrale. Ich liebe dieses Auto. Hier haben wir noch ein Highlight. ein RSR, aber warte mal, kenne ich den nicht, habe ich den nicht gerade erst vor kurzem gesehen? Ne, ich glaube nicht. Jetzt kann ich mir den mal nochmal angucken. Den habe ich schon mal an Maximilianstraße gesehen, aber die Vermutung war, dass es gar kein echter Black Series ist. Und bei diesen Ledersitzen, weiß ich nicht, ich glaube, das ist kein echter. Muss ich mal gleich nochmal jemanden fragen. Japan-Ecke hier vorne, Skyline, einige 350er, NSU hier zwei nebeneinander, alle paarweise unterwegs. Und der dritte BB des heutigen Tages. Auch er ist hier, alter Bekannter, schon oft gesehen, auch bei diesem Motortreff wieder dabei. Ja, und das Teil, das hat echt was. Breitbau 911er. Schauen wir mal, was das für einer ist. Mit Überberkehrweg, Recaro sitzen drin. Fetter GT3 Spoiler. Und er nennt sich GT3 RSR. Okay. Ich glaube, dieses Fahrzeug gibt es nicht. Lamborghini Aventador S. Aber ich stelle mich jetzt ganz schnell wieder vorne an die Straße. Ich habe so ein bisschen Angst, dass die beiden Highlights, die sie leider in der Tiefgarage geparkt haben, dass die jeden Moment rausfahren könnten. Und wenn ich die verpasse, wäre ich natürlich sehr traurig. Den Schotterparkplatz haben sie diesmal auch aufgemacht. Der steht auch ziemlich voll, aber da gehe ich jetzt nicht noch über. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr. Ein alter Bekannter und dahinter ist noch ein 4880, der wahrscheinlich auch. Ach, ihr wisst wer das ist? Nein. Erster Highlight Spot mega unerwartet, Espada in grün. Wunderbar, wunderbar. Ja. Sehr gut hier dabei. Das ist ja kein Turbo. Oh geil. Das geht die 3S-Felden. Das ist auch kein normaler Mini, sondern das ist ein Umbau, also ein Restumod von David Brown. Kennt man auch von diesem Nachbau. Nachbau eines DB5, wenn man ihn so nennen will. Die wollen das nicht, dass man das so sagt. Oh geil Leute, da vorne ist ein Highlight gekommen. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass ich die Kreuzung verlassen kann, weil die anderen beiden Highlights können halt jeden Moment aus der Tiefgarage kommen. Aber das ist auf jeden Fall ein Highlight, das ist noch krasser als das, was drin steht. Ich sehe einen Enzo in München. Ein Fluch ist gebrochen. Ich habe bis jetzt jeden Enzo, der in München war, verpasst, aber das ist jetzt der erste Enzo, den ich sehe. Man könnte meinen, dieser GT3S hier hinter mir ist wingless, aber ist er gar nicht. Ich habe schon mal in München geschult. Ja. Tiefer! Ja. Tiefer. Nice! Junge, Junge, ein Highlight fährt hier gerade rein, der Carrera GT, mega geil, stand die Woche schon mal da, nee, letztes Wochenende, stand auch einmal kurz da und da bin ich aber nicht hingefahren, weil ich kannte ihn an sich schon, jetzt ist er noch mal vorbeigekommen, aber genau in dem Moment fährt halt auch der Enzo und der Pista Piloti da hinten raus, aber in die falsche Richtung, nicht hier vorbei, so ein Kack. Ich löse es jetzt auf, Leute, da stehen noch zwei Ford GTs in der Tiefgarage, auf die ich warte und die waren mir jetzt wichtiger, aber jetzt bereue ich es gerade, dass ich nicht hinten gewartet habe, solange alles schiefgelaufen, egal, geil, hey, Carrera GT, hey. Ach und an dieser Stelle gehen nochmal Grüße und mein herzliches Beileid, ein Enzo raus, dass ich schon wieder seinen Enzo verpasst habe, es tut mir so leid für dich, Browler, es tut mir so leid. Wo wir gerade schon beim Grüßen sind, kann ich dann nochmal weitermachen, kurzer Shoutout an K-Spotting-Zürich, K-Spotting-Zürich, Newcomer im, ich mach mal, dass die Sonne nicht so blindet, Newcomer im Vlogging-Business, schaut doch mal auf den Kanal, kann dabei, der hat gerade erst gestartet, also seid noch gnädig mit ihm, aber ach du Scheiße. 2.1. Der nächste Auto, das nächste Auto von LUIMAX. Das ist der Pro Gritte 3, ja? Das ist aber ein Turbo. Das wird so wenig reingeschickt. Das ist das Video. Das ist dieses Video. Das ist ein Video. Was ist denn das? Das kann sein. Das ist heiß. Ja, das habe ich gelangspann. Da sind sie endlich, ich habe sie jetzt angekündigt, da waren die Ford GTs. Ich habe den sogar mal gesehen, den neuen Ford GT, 2017 auf der Autobahn, aber hat die Kamera halt voll verkackt. Ja, du musstest kommen. Ja, ich bin. Woher kommt der Rückkehr? Ja, ich bin. Musik Also ich bin doch echt froh, dass er da hinten erst die Kontrolle verloren hat, weil hier stehen halt überall die Menschen. Er hätte auch locker irgendwen am Straßenrand abmähen können, da kommt eine Supra. Also nochmal jetzt der Appell an alle Leute, die hier ein bisschen Eindruck schinden wollen und hier driften wollen bei so welchen Events, lasst es bitte sein. Ihr dürft gerne ein bisschen Gas geben, Motor aufholen lassen, so ein Scheiß, aber das ist einfach zu gefährlich, wenn hier Leute am Straßenrand stehen. Mann, Mann! Was ist los? Mann! 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 Wir haben... Ja, ihr macht das Chaos perfekt. Hey, nicht gedacht, kommt tatsächlich noch was Neues. Ey, es ist mittlerweile alles weg. Das Event ist seit fast einer Stunde vorbei. Und wir warten einfach nur auf den CGT, dass der auch noch losfährt. Weil dann habe ich ein schönes Ende für diesen Vlog. Ich habe gerade noch zwei Rev-Up mit abgekommen. Der steht jetzt hier drin, der Carrera GT. Mit laufendem Motor. Vielleicht fährt er ja gleich. Hier, das kann ich euch auch noch zeigen. Der Bugatti Veyron hier aus Transformers wurde umgeparkt. Und daneben haben wir einen V600, Vantage V600. Wie viele gab es davon nochmal? Sieben, ne? Sieben Stück? Sieben Stück von dem V600? Sieben Stück gibt es davon nur. Und einer davon steht hier. Also ich muss euch glaube ich die letzte Szene ersparen, wie der CGT hier rausfährt. Denn der ist ganz gemütlich. Also das dauert noch bis der losfährt, vermutlich. Deswegen, ja, ich meine, ich bin jetzt auch kaputt für heute. Mir tun die Füße weh. Ich bin ja seit heute Morgen unterwegs. Wir hatten zwei richtig geile Events heute. Wir haben richtig ordentlich Shit gesehen. Und damit beende ich diesen Vlog doch sehr gerne. Und sage danke fürs Zuschauen. Schaut beim nächsten Vlog auch wieder rein. Glocke abonnieren, ne Enzo? Und ja, haut's rein. In die Tastatur natürlich. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Boo! Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Das war's für heute. Das war's für heute.